servus und los geht's ja das spiel hat sich das letzte mal einfach verabschiedet ich habe jetzt den letzten autosave geladen ich glaube das passt auch eigentlich soweit das hat okay ich glaube das hat so weit so ziemlich alles gespeichert wir müssen noch mal ich habe jetzt mal eine option gesehen da gibt es inzwischen eine benchmark möglichkeit haben die grafik den benchmark laufen lassen die grad wieder eingestellt ist alles wieder hier auf irgendwas episch und keine ahnung so hier bin ich stehen geblieben dann war ich wahrscheinlich hier beim regale füllen okay dann wollen wir das hier noch mal nachmachen nachfüllen ok was war es hier so ok ansonsten ja wir wollten die werkstatt eigentlich auf level 5 bringen das haben wir nicht mehr geschafft weil ja spiel sicher verabschiedet hat und es rückt jetzt wieder also naja so lady bitteschön ja kommen sie bald wieder danke ok einrichtung da waren noch die parkplätze da haben wir noch ein slot was haben wir noch toiletten sind durch die ansaugtoiletten sind durch das ist auch durch die bushaltestelle sowieso ja dann haben wir noch die parkplätze 700 dollar soll der geizt haben wir das fertig dann fehlt jetzt noch die werkstatt die kasse ist hier schon rödeln solange hier gerade da ist bezahlen wir die gleich zahlen und aufgabeliste pause und da haben wir doch bestimmt jemand ausgeruhten jawohl maria schau an was würde ich noch bezahlen nein haben wir gemacht sehr schön dann darfst du die kasse übernehmen georgie tut noch auch tut noch raus und er ruht sich aus äh er tankt noch ich würde sagen der ist dann auch erledigt dann kann ja georgie tanken kommt gleich jemand hoffe ich doch ja da rennt er von dann haben wir noch hüte nein hier noch reinschauen jawohl da passt was da passt doch was wovon aber am meisten hier und hier alles haben wir keins mehr genau da war was aber auch chips zigarettenregal da passt hier haben wir noch die limos softy drinkies da hauen wir auch was rein na wie viel passt da noch okay das war's den alkohol okay es hat nur paar regale aufhüllt nicht genommen das ist nicht so wild das passt alles 4400 dollar noch die werkstatt kostet 1000 irgendwas ja würde ich sagen wir schnell mal hier was mal wieder ware der werkstatt hatten wir noch kraftstoff haben wir eigentlich auch noch genug dann brauchen wir den guten alkohol den guten stoff und jeden einmal zigaretten können wir auch immer mitnehmen das regal komplett leer ist passt in die komplette lieferung rein ein bisschen eiscreme brauchen wir Zeitung haben wir Autopflege ist noch genug da ein paar hüte nehmen wir einfach nur das günstige diesmal es ist noch ein bisschen was da den brauchen wir glaube ich nicht den nehmen wir immer der geht Brillen haben wir noch das haben wir noch das haben wir auch alles noch ups so sehr schön so haben wir die Kohle ausgegeben hoppsa oh tanken ja stimmt da war ja was Tankstelle da wollen Leute tanken hin und wieder wenigstens jawohl die Polizisten hier im Rudel im Rudel so verfolgt mal schön eure Verbrecher jawohl sehr schön da gehen sie da hin was hatten wir denn als Deko wir hatten irgendwo ein Picknick Dingsbums wo hat es das hingeklatscht Picknicken na schau Rudi steht noch da vorne ah hier ist unser Picknick Platz sehr schön na schau an das war nicht wirklich sauber nochmal wir können ja nicht alles haben ne wir könnten alles nehmen und entsorgen so die alte Pizza ist da noch was drin vielleicht will es noch einer trinken na weg damit so Ketchup lassen wir stehen Pelle hoch so meine ganze Schmodder hier weg du auch ach komm dann mach das auch weg so können wir mal kurz den Müll entsorgen mal ist das weit Moment warum laufen na erstmal in die Richtung alles ja vielleicht den Sandhaufen hier auch mal weg machen oh der Partibus um Gottes Willen jawohl Gott sei Dank ist jemand an der Kasse das ist wichtig so wo sind die Müllbeutel hin wie weit habe ich sie geschmissen ne da ist einer oder der andere liegt ganz da hinten im Hauch das hätte ich jetzt nicht gedacht da ist niemand so das wäre erledigt da ist das so wieder jetzt müssen wir schnell jemand zum Putzen einstellen ganz wichtig mal bezahlen wir alle dass wir da keine sonstigen Probleme kriegen sonst wollen sie nicht du gehst reinigen und Charlotte was kannst du schönes Repair Level 1 dann geh du tanken und dann gehst du reparieren jawohl das kannst du schon wieder ja 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 ist gut ja ist gut Wahnsinn alle unzufrieden Entschuldigung jawohl ihr macht schon ciao jetzt habt's euch mal nicht so ihr macht's doch die Sauerei braucht's doch nicht meckern oh Lieferung komme ich bin schon da da hab ich gesehen da kann man noch die Fenster öffnen äh gleich noch machen bevor ich's wieder vergesse so hin zum restlichen Müll rein mit dem guten Stoff die kaufen mich eh gleich wieder leer das sehe ich schon kommen oh Vorsicht nicht den LKW rumschubsen ganz vergessen dass ich hier der grüne Hulk bin so Servus na komm mach hin ne ich hab nicht ewig Zeit äh deine Tür ist noch offen äh egal er fährt doch so zu was der hupt also galt nicht mir schon erschrocken ich bin schon erschrocken und wie sieht's hier so aus naja die Ruki hat alles noch im Griff das ist schön wow wir hätten Snacks bestellen sollen ach wir haben noch sei Dank ja 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 alles da klappt's euch nicht so ne hast doch nicht alles hätte ja sein können so das passt auch nicht alles irgendwo hinten dann naja naja gut nice aha da sind sie weg so Ruhe eingekehrt sehr schön hast du noch was wow aha die Muffins auffüllen na nein da da will ich hin hm hast du mir noch nicht alles passt gar nix hallo Lady die Brille von uns ja sehr schick jo du war auch das war's hier haben wir doch glaub noch was da ist leer hast du alles nein oh also die Plüschis das ist der Hammer die gehen weg wie war es denn wir gehen aus dem Weg du musst hier an die Drohnen ran da ist unsere Ansaugtoilette wieder super na hätte ja sein können die letzten drei Eis bleiben übrig gibt's hier noch was so gibt's noch fast nicht alles Softdrinks schnell rein damit vor sie meckern gut und da gute Alkohol AOL nur von allem was weg wow wow das Regal ist riesig nein okay so und jetzt haben wir schon wieder 8000 Dollar wow okay dann ist jetzt unser Ziel der Workshop tata Gag Shop Level 5 oh wir haben jetzt zwei Garagen oh oh hauaha oh hauaha das muss ich mir gleich mal angucken okay der rennt jetzt was machst du hier oh wow doppelt die haben sogar die Trennwand rausgenommen cool das ist cool okay dann müssen wir hier auch mal Fettware einkaufen ne ja wir können ja jetzt hier äh äh Kühlmittel oh ist gerade billig sehr schön ja dann nehmen wir 15 Reifen müssen auch nie ausgeben das wird teuer das sehe ich schon kommen das wird teuer naja Batterien teuer so wie viel geben wir hier aus fast 3000 Dollar naja naja mit dem Zeug äh müssen wir noch aufpassen dass man nicht überfahren wird was ist denn hier los ja hier okay alles im Griff ja aber sehr schick sehr sehr schick okay gut warten wir auf die Lieferung Kasse ist noch besetzt es geht noch ein Momentchen sauber gemacht wird auch mein Gott es läuft hier hi George immer am Rennen der Wahnsinn hi Elon ha so helft mal kurz mit bis die Lieferung kommt wo ist er oh gut besucht unsere Tanke jetzt da geht was ich soll schon wieder Autos knacken nee danke du so komm rein okay wir müssen die Kasse versorgen äh wer ist denn da Kasse 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 sprechen bezahlen sprechen und schön Pause machen nein will ich nicht so bezahlen ist bezahlt und du übernimmst bitte schnell die Kasse Nina hau rein du kannst das so da kommen meine Autoteile yeah oh so wenig ja weil du dachte es sind mehr eigentlich schon eine Großbestellung ne ich sehe gerade rechts oben wir sind schon bei Tag 40 okay so der ist weg äh wollen wir die Regale da füllen pinseln müssten wir auch wir müssen die wieder alles dann anpinseln frisch so dann machen wir mal hier das Zeug schon rein dass auf der Seite auch gleich was ist ah das Regal ist da drüben okay Räder ich denke der wird auch dann komplett darüber laufen wenn irgendwas fehlt ne schätze ich doch einfach mal so schätze ich doch mal einfach irgendwie so wie viel haben wir davon bestellt eigentlich 15 dann machen wir hier 10 drüben machen wir 5 so passt ne passt gut fährt mit auf dem Tankdeckel ich sehe es ach da können wir noch weiter die Hüte sind schon wieder aus ach ne okay ich hatte nicht gefüllt oder das hat es nicht gespeichert ich glaube ich hatte nicht gefüllt also jetzt sind wir hier mit Einkaufen im Dauerstrasse das ist ja wir können nur noch Ware bestellen und Regale füllen das ist ja echt echt krass das ist echt mal krass ne die Hüte sind schon wieder weg ey unglaublich wow echt wow na gut wir hatten auch nicht alles bestellt ne sie Bauarbeiter haben wir die Gegend die will niemand die Plüschis gehen auch wunderbar ähm so äh was brauchen wir noch Snacks ne warm Zigaretten immer auch schon nix mehr auf Lager so was haben wir hier wieder ausgegeben oh passt noch ein bisschen was könnte man da noch mitnehmen was fehlt mir noch Zeitung müsste ich noch haben Hüte jeweils nur einer dann nehmen wir die günstigen noch mal eine Portion dazu Autopflege aber das ist eigentlich noch genug da ne Alkohol ist immer Alkohol ist beliebt ne das geht immer ok oh mehr mit dem Zeug aber wie sieht unser Sprit aus Moment Sprit 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 500 225 na dann warten wir noch vielleicht wird es noch ein bisschen billiger so da schön aufhören das ist so wie denn das brennt sich so ins Hirn unglaublich so Brillen füllen Brillen füllen wir dürfen noch einmal am meisten Autopflege da ist noch schön die Zeitung wieder aufhören ja gut sehr gut Toys da haben wir noch ein bisschen was das passt ach diese Ansaugtoiletten unglaublich oh da haben wir noch Giraffe ja dann passen da auch noch also Popcorn bräuchten wir echt keine mehr bestellen gehen gerade gar nicht vielleicht nur diese Dosenchips ok gut zu wissen oh da ist meine Lieferung schon oh jetzt hupt er gleich wieder ich komme ich eile ja war klar ja trotzdem ja hupt er trotzdem äh du sollst aufmachen nicht zu es war doch schon zu so jetzt schnell rein ins Lager kommt der weg der Lkw-Fahrer und ich kann wieder Regale füllen Kasse auswohnen 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 es tankt niemand oder es ist niemand in der Werkstatt das ist nicht gut dass wir da alleine arbeiten das geht gar nicht also langsam sind meine Jungs und Mädels ja auch im Stress hier ne kann man mal so sagen du bist ausgeruht dann bezahlt ist würde ich sagen gehen wir tanken die Werkstatt die Werkstatt übernehme ich mal jawohl zwei Autos in der Werkstatt jetzt wird es stressig so hallo na einmal hoch zweimal hoch hau rein was fehlt was fehlt dir was fehlt dir ein Spiegel wirst du mich verarschen deswegen so ein gammeliges Spiegel hierher was das was war's na gut hallo lady na an Reifen ja ja Reifen ist immer gern genommen oh Kühlmittel das erste Mal Kühlmittelflüssigkeit hurra wir lernen was neues und auch nicht oh Müll ist voll ich brauche mehr Mitarbeit noch ein Mitarbeiterchen mehr wäre echt super das wäre echt super also langsam bin ich nur ich im Stress sondern die Mitarbeiter auch oh Hammer äh wie hast du es geschafft auf diesen Sandhaufen zu fahren ähm 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 da jetzt musste ich halt mal gedulden ne so mal rein mit dem Stoff noch ein Schlucker na perfekt jawohl ja Moment ich hole schon Rudi alles gut steht er noch da ja hat Rudi Sprit ich weiß es nicht schnell mal voll machen der Müll ist immer noch voll kommt so nix ich komm zu nix komm mach voll egal Rudi los los geht's sorry Herr Polizist aber eigentlich hab ich Vorfahrt ey Gott so jetzt mal Speed geben hier da blockiert wieder alles wo kommt der Sandhaugen hier ach der war wahrscheinlich schon vorher da Rudi wow nein ah Hilfe jetzt mach weg den aha so geht's auch gut so werdet ihr euch jetzt einig oder nicht so ganz ne oh jetzt bricht hier das Chaos aus jetzt bricht hier echt das Chaos aus was eine Minute hier drin ach so ja stinkt schon immer noch immer noch so jetzt müssen wir das hier mal bereinigen komm schon Rudi gib alles jetzt geht doch so fahr zu naja ha 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 Rudi und ich ein Dream Team unglaublich gut gut fahr mal raus hier so jetzt schnell mal den Müll da ist schon wieder Werkstatt totale Katastrophe ach du scheiße die sterben hier schon eine Gasvergiftung das will doch keiner das meint da ist das hier ein Müll ein Dreck unglaublich so gerade in die Werkstatt das kriegen wir alles noch hin alles easy alles easy gechillt so was fehlten kein Reifen äh Batterie oder Batterie brauchen wir eine Batterie natürlich so wenn wir das noch halb da klicken so weg mit der Körbe raus den alten Schund nein die schicke neue Batterie Qualitätsbatterie von mir Koyot Koyot ugly parts oder so ähnlich jetzt da war doch nur ein Spiel ich bin jetzt blöd mach mal die Motorhaube zu vielleicht dann zeigt's nicht mehr an aber da war noch ein Spiegel ich weiß es irgendwas war hier noch Spiegel Spiegel da ist er haha ich wusste es doch so tschüss jawohl ja das war's für die Folge äh super ja ist schon wieder Sandsturm na gut wie auch immer das äh war's für diese trübe Folge mit viel Stress und sonstigen wie immer noch schon wieder an Werkstatt das ist nämlich für Kack-Eiern Tatsache der Kollege von Drago Entertainment ist zu Besuch äh ja sie müssen jetzt warten weil die Folge ist zu Ende ja vielen Dank fürs Zuschauen wenn's euch Spaß gemacht hat lasst mir doch ein Abo Kommentar oder Like da und bis zum nächsten Mal haut's rein